einen wunderschönen guten abend die damen und natürlich auch die herren heute wollte ich eigentlich was anderes machen aber die deutsche post ist mir dazwischen gekommen und die sachen die ich bestellt habe für die sachen die ich jetzt eigentlich machen wollte sind leider noch nicht da und kommen erst am dienstag und ja da müssen heute ein bisschen improvisieren das heißt wir machen heute einfach mal eine mailart grundkurs eigentlich wollte ich heute was übers fräsen machen aber die ganzen fräsköpfe sind noch nicht da wie gesagt improvisieren heute ein wenig ich habe heute in dem bastelladen so ein paar sachen gekauft ich hoffe das reicht für das was ich euch zeigen möchte und ja ich habe so ein paar nutze gemacht und dann fangen wir doch direkt mal an so wie gesagt heute mailart ich hab noch was vergessen das hier ist keine schleichwerbung nein es ist ganz normales dortmunder wasser dortmunder wasser das leckerste wasser auf diesem planeten wunderbar gefiltert durch die dortmunder kläranlagen und sehr bekömmlich für den magen stillt den wurst und schmeckt dazu super ja soviel dazu ich drehe es auch mal um damit da keine marke drauf zu drauf zu sehen ist so wie gesagt heute eine art grundkurs wir gehen heute die basics einmal durch das heißt wann tragt den glitzer auf wann kommt ein steinchen wann kommt ein sticker am besten oder wann macht ihr am besten eine malerei auf den finger das ganze wollen wir heute durchgehen und ja starten am besten jetzt das erste was ich sagen möchte ist plant euer muster ihr müsst wissen was wollt ihr machen und wann kommt was am besten wollt ihr glitzer machen ja nein wann kommt das glitzer am besten als erstes drauf oder arbeitet ihr mit verschiedenen farben was für farben das müsst ihr alles wissen um wirklich eine gute haltbarkeit und natürlich auch zu gewährleisten dass es natürlich auch gut aussieht so kommen wir zum glitzer was für glitzer benutzt ihr am besten im grunde ist es scheißegal was für glitzer ihr benutzt ihr könnt wirklich in jeden bastelladen gehen euch das zeug organisieren ich tendiere mehr dazu mir pulver zu organisieren auch vom hersteller also vom nagelhersteller weil das könnt ihr wirklich dann für alles benutzen wenn das zeug direkt schon im gel drin ist dann seid ihr so ein bisschen eingeschränkt deshalb tendiere ich lieber zu pulver ich war heute im bastelladen und habe mir das hier organisiert ich möchte jetzt keine werbung machen für diese marke ihr könnt wirklich holen was ihr wollt es kommt natürlich jetzt auch darauf an was wollt ihr mit dem glitzer anfangen für striche oder french würde ich immer empfehlen das ganze schon mit gel zu mischen damit ihr wirklich eine paste habt ihr auftragen könnt für so sachen wie farbverläufe die mir ein bisschen mit glitzer dekorieren wollte würde ich es lieber in pulverform lassen aber wann kommt das glitzer oder an welcher stelle macht ihr das glitzer am besten auf den nagel ich persönlich tendiere mehr dazu das ganze unter das aufbau gel zu machen denn wenn ihr das ganze über das aufbau gemacht das heißt über die dicke schicht und vor der versiegelung auftragt kann es sein dass ihr huckel auf dem gel habt und das fühlt sich natürlich blöd an für die kunden und sieht natürlich auch blöd aus ich möchte euch jetzt erst mal zeigen wie man french am besten mit glitzer macht ich zeige euch das ganze heute nur auf tipps ich habe heute kein modell hier sitzen ja aber ich versuche natürlich trotzdem euch so gut wie möglich zu erklären an welcher stelle ihr das ganz am besten auftragt so für den french mische ich das glitzer erst mal mit gel aber was für gel nehmt ihr dafür am besten ich würde euch empfehlen ein mittel viskoses gel zu nehmen am besten ein ein phasen gel das lässt sich irgendwie besser auftragen wenn das so ein bisschen fluffiger ist das heißt ich habe jetzt kein ein phasen geht hier da ich nehme jetzt normales aufbau gel geht natürlich auch so ich denke mal das würde reichen und dann schmeiße ich doch jetzt einfach mal ein bisschen aufbau gel rein ich würde es natürlich keinen pinsel von mir versauen weil die zur werde ich sehr selten machen bei meiner kunden einfach so ein bisschen rein hier musste so mal gucken ich würde erst mal mit wenig gel ich würde erst mal mit wenig gel anfangen das wird eine sauerei ich würde erst mal mit wenig gel anfangen und falls euch das dann immer noch zu dick ist noch ein bisschen mehr gel rein machen weil wenn es zu dünn ist ist natürlich blöd wenn ihr noch mehr glitzer rein machen müsst und das ganze vermischen wir jetzt so gut wie es geht ja ich glaube da habe ich schon eine ganz gute konsistenz getroffen also so ist wirklich schon ganz nice das glitzer ist natürlich kein glitzer was komplett abdeckt das werdet ihr auch gleich sehen wenn ich es auf den nagel auftrage ich würde euch natürlich empfehlen bestellt euch ein paar glitzer pötchen extra wenn ihr das ganze mischt ich habe jetzt leider keine wieder schlecht vorbereitet aber nichtsdestotrotz es wird trotzdem funktionieren so tragen wir das ganze jetzt doch mal auf so ich habe jetzt den ältesten pinsel aus der ecke kramt den ich gefunden habe das ist jetzt der hier ich glaube den habe ich damals benutzt um eine airbrush maschine sauber zu machen aber der tut es natürlich auch wunderbar ihr könnt natürlich auch ein dotting stick nehmen ist kein problem aber ich mache es jetzt mal mit dem hier damit ihr auch seht dass das damit auch funktioniert kamera scharf so und dann tragen wir das ganze auf hier müsst ihr nicht so sehr aufpassen dass ihr über die smile ein kommt hier könnt ihr ruhig ein bisschen rum punchen guckt dass es nicht zu dick wird weil glitzer ist immer ein bisschen dicker als normales farbgel und dann schmiert ihr euch das so pi mal daumen hin natürlich wenn es direkt am anfang sitzt ist es super wenn es nicht am anfang sitzt dann könnt ihr das ist das gute bei glitzer das ganze noch so ein bisschen zurecht schieben bis es passt das ist wirklich super vor allem für anfänger da kann man so ein bisschen rum experimentieren und testen bis es wirklich perfekt sitzt und dann kommt das ganze mindestens zwei minuten die lampe glitzer würde ich immer ein bisschen länger drin lassen weil diese glitzer partikel reflektieren natürlich auch die uv strahlung und dadurch kann das ganze wieder ein bisschen schlechter härten deshalb immer ein bisschen länger drin lassen dann seid ihr auf der sicheren seite kleiner quicktipp am rande wenn ihr kunden habt wo die ecken manchmal abbrechen oder vorne die spitze einreißt oder wie auch immer versucht es doch mal mit glitzer french das kann wirklich manchmal helfen denn glitzer ist ein bisschen dicker und natürlich die partikel tragen auch zu einer gewissen stabilität bei das heißt versucht es einfach mehr so machen wir mal einen glitzer strich unter das french dazu nehmt euch auch wieder irgendeinen alten pinsel ihr könnt das ganze natürlich auch mit dem dotting stick machen geht natürlich auch und dann tauchen wir das ganze in das glitzer einmal ein da könnte ruhig ein bisschen mehr nehmen und dann zieht ihr euch das glitzer so ein bisschen dahin wo es hin haben wollt wir machen jetzt einfach mal so eine linie unter den french oder unter das french besser gesagt und auch hier gilt wieder falls ihr noch nicht zufrieden seid mit der linie dann schiebt euch einfach das glitzer so ein bisschen zurecht bis das ganze euch gefällt natürlich mit deckendem gel sieht das ganze immer ein bisschen besser aus aber habe ich jetzt nicht für diese technik die ich euch jetzt zeige das ist so eine art farbverlauf mit glitzer brauchen wir einmal das glitzer pulver und ein bisschen aufbau gel das tragt ihr jetzt am besten direkt nach dem haftgel auf das heißt ihr macht jetzt eine dünne schicht aufbau gel wieder darauf achten dass ihr nicht an die nagelhaut kommt streicht ihr das ganze komplett einmal ein und dann nehmen wir den fächer pinsel tunken den in das glitzer ein und fangen vorne an der spitze an das glitzer von dem pinsel abzuklopfen und gehen dann immer weiter nach hinten zur nagelhaut ich bin da immer so ein bisschen über die hälfte des nagels gegangen kommt natürlich darauf an wie lang der nagel auch ist der kunden und dann wird das nach hinten immer weniger also ihr müsst wirklich von einer spitze ab anfangen damit ihr da das schon mal das meiste glitzer abgeklopft habt und dann nach hinten hin wird es dann immer weniger was auf dem pinsel ist und was ihr dann auf den nagel klopft und dadurch entsteht dann dieser dieser feine farbverlauf ich hoffe man sieht in der kamera sieht immer ganz nice aus könnte natürlich auch mit silber machen und so oder noch eine andere farbe drunter oder mehrere glitzer farben das funktioniert eigentlich immer sehr gut und die kunden waren immer recht angetan das war es auch schon mit nail art grundlagen teil 1 ich werde mir jetzt noch was leckeres zu essen machen und dann geht es ab auf die couch vor den fernseher wenn euch das video gefallen hat dann gerne einen daumen nach oben sharen teilen liken würde ich mich auch sehr darüber freuen facebook twitter instagram geht auch einiges ab und dann würde ich mich freuen wenn wir uns beim nächsten mal wiedersehen euer chris im dortmund der passach im dortmund der passach ah im dortmund der passach